Schlitzlichst Willkommen zur Peak Week Tag Nummer 5. Weil es so schön ist und direkt nach dem Aufstehen liegt, schauen wir mal, ob im Spiegel neue Details freigeschalten wurden. Der Popper fühlt sich irgendwie wässrig an, aber die Quarzer haben definitiv mehr Schwung und sind ein wenig trockener. Der Oberkörper blieb so halbwegs gleich. Und relevant ist ja tatsächlich nur der Oberkörper, da ich ein Badehosenathlet bin. Ab zum morgendlichen Kaffee und dem schlitzigen Stuhlgang, der wie immer dadurch freigeschaltet wurde. Dann sofort auf die Waage und siehe da ein neues Low von 75,7 Kilo. Hier noch ein kleiner Bauchmuskelcheck, bei dem ich plötzlich meine Bauchmuskeln auf zwei verschiedene Arten anspannen konnte. Übrigens bin ich hier splitterfasernackt und musste darauf achten, dass der Schniedel nicht reinplatzt. Wenn heute der letzte Entladetag ist, gibt es heute verfrühte Liegeschlitz. Am Ende der Liegeschlitz gab es noch einen unnötigen Sidechest-Postdown als Badehosenmensch. Dann ging es auch schon ab zur täglichen Schlitzformation. Und hier erkennt man, dass ich sehr flach bin, aber das ist wie immer in Kombination mit Definition. Es räumt sich. Außer du bist Skinny-Fett, dann bist du einfach Skinny-Fett. Haha. Selbst bei der Träne am Quad merkt man, dass die Haut nicht so prall ist. Ich finde vor allem da merkt man, dass da nicht so viel Wasser drin ist. Danach habe ich mir für den gesamten Tag ein halbes Kilo Reis in den Reiskocher geballert. Dazu gab es einen weiteren Café und meine typischen Daily Subs mit Kreatin und ein paar E-As. Fakt gerne in die Beschreibung, da seht ihr meine Schlitzigen-Supp-Empfehlungen. Das Ganze wird natürlich runtergewürgt und dann geht es mal wieder im typischen Schlitzigen-Outfit mit Fischerhut zur Volksschule, um meine Tochter abzuholen. Anschließend ging es ab zum Hofer, weil mir ein paar Sachen fehlten. Meine Tochter bekam ihr Topfen Haferwecker, ich meine Cashew-Nüsse, Rice Krispies und einen Haufen Reismilch. Das Ganze wurde auf die Kasse geklatscht, bezahlt und ab ging es wieder in die Istanbul-Schleuder nach Hause. Zu Hause angekommen gab es ein paar schlitzige Kniebeugen für meine Tochter. Wir haben nämlich vereinbart, dass sie 50 Kniebeugen machen muss, wenn sie beim Überqueren der Straße nicht nach links und nach rechts schaut. Und sie macht es tatsächlich sehr gerne. Hoffentlich nicht so gern, dass sie nicht absichtlich nach links und rechts schaut. Dann habe ich ihr auch schon ein schlitziges, wertvolles Mittagessen zusammengestellt und währenddessen meine billige Monster-Feldschung geschluckt. So, jetzt hast du es dir verdient, oder? Sehr brav. Hau rein. Mözein! Dann ging es mal wieder ab auf die Step-Maschine mit meinem schlitzigen Fischerhut und doppelter Sockenlage. Wobei meine mangelnde Balance mich prompt wieder abgeschossen hat. Dabei habe ich mir irgendwie den Zeh verletzt. Das war tatsächlich schlimmer als es aussah. Diese Maschinen sind wirklich gefährlich. Oder ich einfach noch zu dämlich. Das reimt sich mal wieder. Wenn ich die mal vergesse und mein Kind sich da verfängt, dann ist Game Over. Immer schön die Kacke absteckt. In der Zwischenzeit hat Ariana ihre Mathehausaufgaben erledigt und ich habe sie beim Steppen korrigiert. Jetzt sieht es so aus, als würde ich einen Moonwalk hinlegen, aber das ist nur die beschleunigte Wiedergabe. Nach ein paar Stunden wurde Ariana langweilig und plötzlich macht sie auch ein paar freiwillige Kniebeugen nebenbei. Nun, einige Steps wurden erledigt. Und ich denke, man merkt, dass ich etwas verschlitzt bin. Verschlitzt, nicht verschwitzt, verschlitzt. Um ein paar Kaps zu tanken, gibt es eine feste Portion Reispudding mit Hip-Reis-Brei, Frosty's Whey-Protein und Reismild. Als Topping gibt es Sauerkirschen und Protein-Puffies, die so schmecken wie diese Kügelchen damals aus der Müllerecke. Nur halt mit Protein, ne? Das Ganze wird dann vollgeschlitzt runtergewürgt. Daraufhin wird weiterhin Topless gesteppt, beziehungsweise schon fast Cardio gemacht, um die letzten Glykogenspeicher zu entleeren. Da ich so vertraut mit dem Laufband bin, kann ich sogar ein bisschen das Posing üben. Obwohl Backdouble-Biceps trotzdem etwas schwer ist. Ihr seht jetzt tatsächlich einen posierenden Schlitz auf einem Laufband mit einem Fischerhut. Das ist auch mal was, oder? Ab und zu kamen auch die Ariana dazu und leistete dem Papa Schlitz etwas Gesellschaft. Quatschte über bahnbrechend interessante Themen wie Taddeus den Tag und Spongebob Squarepants. Nach einiger Zeit hatte ich Lust auf etwas Yoga, um meine Mobility zu trainieren. Tja, es sieht irgendwie hitzig aus, aber noch schlitziger würde es in der Unterhose aus. Aber das will ich euch jetzt nicht antun, ihr seid eh ziemlich bereichert mit der Schlitzformation. Jetzt die schlafende Babyposition. Die ist richtig angenehm für die Lendenwirbelsäure. Diese Übungen habe ich nach meinen Bandscheibenvorfällen jeden Tag gemacht, beziehungsweise ich versuche sie bis heute noch jeden Tag einzubauen und auszuüben. Weil Gesundheit tut ja bekanntlich nicht weh. Und glaubt mir, man will diese Schmerzen nie wieder empfinden. Die sind einfach nur furchtbar. Ein paar Übungen wie zum Beispiel diese hier sind ultra weird. Und die würde ich in einem Gym nicht ausführen wollen, weil sonst könnte es sein, dass jemand mich besteigt. Und das wollen wir ja nicht. Anschließend im besten Licht mal eine Posingrunde. Aber ja, stellt euch einfach mal die Konturen vor. Das ist ein richtig kackelig. Anscheinend habe ich es bemerkt und die Kamera doch noch zu besseren Lichtverhältnissen hingestellt und ein bisschen von meiner schlitzigen Wenigkeit gezeigt. Witzigerweise ist dieser Winkel verdammt gut. Man sieht tatsächlich etwas mehr. Beziehungsweise die Talie schaut sogar etwas schmaler aus, als sie tatsächlich ist. So, jetzt wird ein bisschen mit dem Resistance Band aufgepumpt und durch das Aufpumpen werden die Kaps ins System gejagt, sodass sie sich besser verteilen. Mir ist aufgefallen, dass ich diesen dämlichen Fischerholt schon zu Hause trage. Aber irgendwie gewöhnt man sich an alles, oder? Da wir uns jetzt mitten im Oktober befinden, ist es plötzlich so finster geworden, dass selbst meine Reiskrispiberge im Schatten stehen. Hier seht ihr eine monumentale Schüssel voller Reiskrispies, die ich liebevoll mit Reismilch befeuchte, um sie dann genussvoll und schlitzig zu verschlängen. Und wie es sich für einen wahren Reisliebhaber gehört, folgte natürlich sofort eine zweite Schüssel. Das absolute Highlight des Tages war dann die Öffnung des Reiskochers, gefolgt von der feierlichen Präsentation der geheimen Reiswaffe auf meinem Teller. Das ganze Spektakel wurde dann mit einer gehörigen Portion Genuss und einer Prise Schlitzigkeit zelebriert. Währenddessen habe ich mir einen Brennnesseltee zubereitet, um meinem Körper eine kleine Entwässerung seine zu gönnen. Es wurde weiterhin Reis in Massen aufgetischt und dann kamen noch ein paar Cashe Nüsse dazu, um das Ganze ein bisschen ungesättigt zu fettigen. Hä, was rede ich da eigentlich? Zu guter Letzt stieß ich noch auf Brown-Rice-Puffs von Brosys in der Lade, die ich natürlich sofort zerstört und mit Honighygiene alliert habe. Eine wahre Geschmacksexplosion, ich sag's euch, oder ich bin einfach nur auf Prep und es schmeckt automatisch alles gut. Keine Ahnung. Es folgten noch einige Runden und die Packung war schneller leer als mein Fahrrad an schlitzigen Witzen. Das heimte ich auch wieder. Jetzt seht ihr also einen rundum zufriedenen, voll gemampften Schlitz. Obwohl, wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich darauf getippt, dass ich ein vollgekifter Junkie bin. Sieht ihr an den Augen, ne? Die Teller bzw. das Beweismaterial wurden sorgfältig beseitigt und es ging ab zum Brennresultee, der dann anschließend runtergekippt worden ist. So beende ich den Peak Week Tag Nummer 5 mit einer kurzen Ansicht meiner Miniatur Mini-Schenkel. Durch die Kauf zeigten sich ein paar Mini-Venen, was ich persönlich ziemlich witzig finde. In der nächsten Prep werden die sicherlich anders aussehen, aber hey, zumindest weiß ich nun, wo ich meine Venen versteckt habe. Einen schönen Gruß an die Kohlenhydrate. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen Leute und gebt mein Abo, wenn ihr die nächsten Tage bis zu meinem schlitzigen Wettkampf nicht verpassen wollt. Schlitzige Grüße! Schuss! Schuss! Schuss!